GIMP 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 Gimb Gimper GIMP GIMP Community GIMP hier findet man viele Sachen, Hilfe, sehr nice, ja, falls ihr es, ah, einen Moment, ihr habt es ja schon gesehen, ich habe jetzt hier oben auf den Hauptlink geklickt, dann seht ihr hier Gimp Themes Version 1.0 Windows Blah. Ich werde euch den Direktlink natürlich direkt in die Videobeschreibung packen, dass ihr nicht lange suchen müsst. Es ist ganz einfach, es ist eine Art Installer, der hat schon 15 Themes inklusive, es sind auch viele sehr gute dabei. Einfach, ich glaube hier steht am Anfang Read and Download, einfach draufklicken, dann hier auf dieses Kästchen, hier öffnet sich dann die Speicherfunktion wieder. Ja, dann können wir das schließen, den Webbrowser können wir auch erstmal zumachen. Bekommen wir hier einen Zip-Folder, den entpacken wir einfach, hierher entpacken, bekommt ihr eine Installation, die startet ihr einfach, ganz simpel, auf weiter, installieren und bla, ist einfach, ja, finish. Dann bekommt ihr nochmal ein Icon auf dem Desktop, ich habe das jetzt schon installiert gehabt. Sieht dann so aus, ich packe es euch mal hier hin. Können wir das eigentlich löschen oder packt es euch auf eine Festplatte, damit ihr es nicht nochmal runterladen müsst. Ja, weg damit, das haben wir auch über Bord. Ab über die Railing. So, dann haben wir das, einfach doppelklicken und dieses Fenster zeigt euch jetzt im Prinzip genau, wie der Theme dann aussehen wird, wenn ihr, wir fangen einfach mal rum an, ihn ändert. Ihr seht ja, ändert sich die Schrift und ein bisschen die Farbe, ich mache das mal mit den Pfeiltasten. Schwarz finde ich sehr schön, äh, ich glaube das werde ich auch verwenden, nur diesmal dieses hier, glaube ich, Dark Human gefällt mir sehr gut. Ja, und hier könnt ihr euch halt so ein bisschen durchgucken und durchklicken. Und jetzt kann man natürlich noch, äh, nehmen wir mal das andere vielleicht noch, Midnight. Äh, kann man natürlich die Schrift noch einstellen, was für eine Schrift man hier haben möchte. Ihr könnt natürlich auch eure eigenen Schrift nehmen und so, ja. Also sehr viel einstellbar, äh, Größe der Schrift, hier kann man noch viel mehr einstellen, äh, wie die Checkboxen aussehen, wie Radius und bla und... Alles mögliche könnt ihr einstellen, könnt ihr ein bisschen rumspielen, obwohl die Standard-Themes, so wie sie sind, eigentlich schon recht gut sind. Äh, ich stelle hier vielleicht gerade mal auf, äh, Arial, einfach der Video-Qualität halber, weil... Äh, es liest sich einfach besser, wenn man es rendert, als diese geschwungene Schrift. Yep. Dann einfach nur noch, hier kann man auf Reset, ähm, kann man einfach wieder auf, äh, Standard umstellen, abbrechen, ist klar, und okay. Fragt ihr euch, ja, möchtet ihr das überschreiben? Dann sagt ihr ja, und schon habt ihr ein neues Gimp. Schauen wir gleich mal ein. So, seht ihr schon, der Ladebalken ist anders. Und da ist es, das gute neue Stück in schwarz. Sehr elegant, ähm, ich finde es auch sehr angenehm, es blendet zum Beispiel nachts nicht so in den Augen, wenn man auf den Bildschirm guckt. Man erkennt eigentlich auch alles gut, alles gut dargestellt, kann alles gut lesen, auch wenn es nur hellgrau ist. Finde ich sehr schön, diese schwarze elegant. Ja, das sollte es eigentlich auch schon wieder gewesen sein. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bitte Kommentare, wenn es euch nicht gefallen hat, sagt mir in den Kommentaren, wie ich mich verbessern kann, was ich verbessern kann. Ob ihr was anderes sehen möchtet, das war ja jetzt nicht so, äh, das, äh, Ultimative, was man machen kann. Als nächstes hatte ich geplant, einmal Maskenbilder, wie man Maskenbilder stellt und Vintage-Effekte werden wir kurz durchprügeln. Ist ganz einfach, äh, macht viel her auf, äh, Fotos oder so. Sieht sehr nice aus. Ja, das erwartet euch schon mal in den nächsten Parts. Wenn ihr noch irgendwelche, äh, Sachen habt, die ihr gerne sehen möchtet, was ich euch zeigen soll, lasst einen Kommentar da, schreibt eine PM, wie ihr möchtet. Favorisieren, abonnieren, liken und was auch immer, bleibt euch überlassen. Ich zwinge niemals zu niemals, äh, ich kann nicht sprechen. Ah, fuck. Ähm, ja, das schneiden wir einfach raus oder auch nicht, egal. Ähm, wenn ihr es mögt, liked, abonniert mich nur, wenn es euch wirklich interessiert. Ich habe keine Lust, 10.000 Abonnenten zu haben, aber nur 5 gucken meine Videos. Ähm, darauf habe ich auch keine Lust. Also wirklich nur abonnieren, wenn ihr wirklich Interesse habt oder das sehen möchtet, was ich tue. Äh, Kritik immer her damit, äh. Es bringt mich dazu, meine Videos und mich zu verbessern oder die Art und Weise, wie ich es euch zeige. Ich hoffe, es gefällt euch im Moment noch. Ja, das war's von Devilian Arts Gimp Tutorials für heute. Das nächste Mal sehen wir uns mit Masks, also Masken und danach Vintage. Und danach dem, was auch immer ihr möchtet oder was mir gerade einfällt. Jo, reingehauen, weiterschauen, ciao, hier war der Moodevil. Jo, reingehauen wir uns mit율etzen, ganz ehrlich aus. Jo, reingehauen wir uns mitnehmend. Jo, reingehauen wir uns mit ihm ¿ein�atten? Dankeschön, wir machen uns Männer。 Im Äh, Harald. Hier ist kein Wort. Vielen Dank.